Hallihallo Leute! Willkommen bei Nilins Reise durch Slum 404 hier bei Remember Me. Wir haben die Aufgabe durch diese Turbine zu gehen und... Oh! Das ist ein Zeitding! Seht mal hier das... Oha! 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 Ja gut, das wird da kritisch. Da müssen wir uns beeilen, sonst werden wir geschnetzelt. Also! Geh durch! Jawoll! Oh, Maggie! So! Durch die Turbine sind wir gekommen, dann müssen wir uns mal hier ein bisschen umsehen. Das Feuer. 843 Grad Celsius. Erstenschätzungen zufolge sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte zu beklagen. Für Abonnenten von Platy News und Extremcen wurde ein Sensen-Notfallsender eingerichtet. Sondermeldung. Das Lazarettschiff Nimfea wurde von einer Explosion erschüttert. Die Ursache ist noch unbekannt, aber ersten Schätzungen zufolge sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte zu beklagen. Für Abonnenten von Platy News und Extremcen wurde ein Sensen-Notfallsender eingerichtet. Ein Sensen-Notfallsender. Ah! Okay. Ah! Da ist ein Subpatch. Drei von fünf. Neumeldung. Okay. Und jetzt? Neumeldung! Ach! Da ist eine Tür aufgegangen. So, wir müssen ja immer noch zum Leaking Brain und zu Kopf wie Tommy zurück. Ah, dann schenk ein, Tommy. Oh, jetzt sind wir über dem Leaking Brain, da wo uns die Olga Asidova überwacht hat. Oh, der Tommy wird angegriffen. Ich habe eine sehr strenge Türpolitik. So, jawohl. Hallo, Tommy. Geht's dir gut? Oh, nein. Lange hatten die Nationen. Öha. Leeren Sie die Leaper ab. Ah. Ich mache mal dieses Sensen-DOS, dann sollten die alle mal stillhalten. Wirklich, Tommy. Dein Kundenservice muss mit einer Ecke besser werden. Wirklich, Tommy. Dein Kundenservice muss mit einer Ecke besser werden. So, jetzt nehme ich den Sensen-Raserei. Okay. Wow, sieht mal. Aua. So. Willen, es ist soweit. Komm her. Gleich, na, Schlüssel verfügbar. Combo-Lab. Ich kann mir einen neuen Schlüssel kaufen. So, was habe ich denn zur Auswahl? Heilung und Heilung. Na, großartig. Geh mal da rüber, bitte. Heilung oder Heilung. Ich würde mal sagen, dann nehme ich doch mal Heilung. Und zwar, und zwar, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich nehme mal ein Y. Y ist im Augenblick mehr gefragt bei mir als X. Ja. Und dann muss ich mal schauen, wie ich meine Kombos hier umbaue. Denn ich könnte natürlich jetzt hier drüben, das habe ich gar nicht gesehen gehabt, den hier mal entfernen und den mal dahin packen. Im Augenblick haben wir Schaden 200, da hätten wir Schaden 355, das klingt doch mal genial. Und da nehmen wir den. Dann ist die Y, X, Y, X, Y eine volle Schadenscombo. Und da würde ich die beiden, ehrlich gesagt, mal tauschen, die beiden Ys hier. Moment. Den hier entfernen, den hier entfernen. Genau den dahin. Und den da hin. Oder will ich da lieber ne, meine Auflade-Kombo, sage ich mal, das ist die XXX. Das ist, das hier ist nur ein Goodie, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt natürlich den Y ganz nach vorne packen würde, dann würde ich mehr regenerieren. Vielleicht ist das auch nicht so schlecht. Schauen wir mal. Moment. Ich nehme jetzt mal den Y. und da habe ich Regeneration 32. Jetzt nehme ich den hier mal raus. So, das ist jetzt Regeneration 23. 37. Ja, versuchen wir es mal so. also XYYXY ist Regeneration. YXYXY ist Schaden und XXX ist die ja, die Impression-Auflade-Kombo. So, wir müssen zu Tommy. Nillen, es ist so weit, komm her. Bin schon da. Ich nenne ihn Junkboot. Eigenes Rezept. Nur nicht zurückhalten, Schatz. Es Leben Liebe. Danke. Junkboot. Junkboot, das Junkboot-Spammer-Upgrade, schlägt sehr hart zu und zerstört strukturelle Schwachstellen in Ausrüstung und oder Gebäuden. Drücken Sie LB zum Anvisieren und RT zum Abfeuern. LB RT. Okay. Okay. Ah. Ah, okay, der muss sich aber erst wieder aufladen. Ah, nein, 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 Ich muss den Tunnel verschließen, um sie zu stoppen. Okay. Äh, äh, ah, jetzt, nein. Na, kommt schon, Leute, lasst mich da hin. Au, au, au. Ich muss den Tunnel verschließen, um sie zu stoppen. Ah, okay. Aber nee, ich muss nicht laden. Oha. Doch, der lädt auf. Da neben dem... Oh, vier Sekunden nur noch. Jetzt aber. Ah, Mist. So, bin ich wieder schön aufgeladen. Ah, die kann ich damit auch abschießen. Aua. Coole Musik übrigens grad. Okay. Waren das alle? Ja, waren alle. Es ist Leaking Brain gerettet. Oh, man. Armer Tommy. Hey, willst du helfen? Bleib doch und hilf mir, die Bude zu renovieren. Geht nicht. Größere Fische warten. Fische wie Johnny Greentief. Was kann man einem feuchten Tunnel entgegensetzen, der in Lieber verseuchte Dunkelheit fühlt? Also ehrlich. Okay. Tut mir leid um deine Bar, Tommy. Hm. Sei vorsichtig, Nillen. Da braut sich ein Sturm zusammen, Schätzchen. Nicht weggefegt werden. Okay. Nicht weggefegt werden. Ja, das ist ein guter Tipp. So. Ach. Aufladen kann ich mich jetzt. Ja, diese Menge an Luper war nicht einfach. So. Ah, okay. Die Kamera, warum fährten die immer so komisch? Ah, jetzt kann ich dann nämlich hochklettern. Okay. Da geht's nicht lang. Jetzt sagen wir mal vorsichtig umgehen mal. Finden Sie Johnny Greentief. Und ich hatte ja keine grünen Zehntel. Hey, Nillen, wie läuft's? Wow, du und Edge habt die Kacke echt aufgerührt. Die ganze Stadt ist in Panik. Ja. Scheiße ist wohl das Motto des Tages. Okay, okay, gut. Ich muss los. Ich glaube, ich bin aufgestiegen. Auf nie vergessen. Auf nie vergessen, Bad Request. Nett, dass du dich mal meldest. Ja. Scheiße ist das Motto des Tages. Das ist ja ein cooler Spruch. Okay, Nillen. Ja, okay, da können wir nicht weiter. Dann gehen wir mal hier lang. Ja klar, wir sind in der Kanalisation. Ihr Ratten. Und die sind doch so nicht mehr böse, wenn man sie so bezeichnet. Ich höre da irgendeine Stimme. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Da geht's nicht weiter, oder? Nee. Da geht's aber auch nicht weiter. Oh, da ist so ein... Schaut mal, da ist so ein Skara-Mech. Können ich den von hier aus abschießen? Nee, oder? Nee, geht nicht. Wahrscheinlich muss ich da auf die andere Seite. Nee, geht nicht. Muss ich auf die andere Seite irgendwie. Aber wie? Das weiß ich nicht. Ha. Kaputte Drohnen. Was kommt... Was ist da? Oh, da hängen so Roboter-Teile. Mech-Teile. Oh, da kann man was abschießen. Aha. Ach, kann ich jetzt den... Den Mech... Dingsen. Kann ich dich jetzt dingsen? Jetzt kann ich dich dingsen. Aha. Das ist ja auch ein cooles Rätsel. Kann ich jetzt hier noch was machen? Nö, vielleicht müssen wir da auch irgendwie rüberklettern oder so. Das wäre auch cool. Mhm. Äh, blau. Und da stehen irgendwelche... Irgendwelche Mechs oder diese Androiden oder so stehen da rum. Okay. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Sorry, Leute. Ich musste einen Cut machen. Äh, mich hat jemand angerufen. Wir, äh, sind immer noch mit Nillen unterwegs und müssen zu Johnny Green Thief, äh, gelangen. Wow. Okay, gegen den sollten wir wohl nicht kämpfen. Und hier liegt irgendwo was zum Aufsammeln rum. Haben wir gesehen? Ein Fokus-Boost. Vier von fünf, einen noch. Dann bekommen wir... Was ganz toll ist, ganz bestimmt. Ähm. Das weiß ich nicht mehr genau, wo ich... Hergekommen bin. Bin ich von da gekommen? Ich glaube schon. Ich glaube, da muss ich lang. Oh, ja. Und nach unten. Gefahr, Warnung, Biohazard. Und ein Haufen, Leaper. Jawoll. Okay, die kann man da runterschubsen. Waren das alle? Oder sind die anderen einfach abgehauen? Sieht so aus. Könnte aber durchaus sein, dass die wieder zurückkommen. Naja. Immer schön vorsichtig sein. Okay, da läuft es jetzt etwas langsamer. Das war ich. Ich denke mal, Gefahr, Warnung, Biohazard. Ich denke mal, dass ich da nicht reinfallen darf. Ei. Okay. Glättern wir mal rüber. Da ist ein Rohr. Strukturschwäche. Bam. So, ähm. Soll ich da jetzt einfach rüber? Ich glaube nicht, dass da drüben, auf der Plattform da noch irgendwas zum einsammeln ist. Ich hoffe es zumindest nicht. Okay, wow. Bin im Wasser und mein Controller vibriert. Ähm, aber. Entsteigen wir dieser ungastlichen Stätte? Kann ich aufladen? Nein. Ich verstehe es leider nicht ganz, was die da prabbeln. Aber ich glaube, das soll man auch nicht verstehen. Okay. Sieht aus wie eine U-Bahn. Hm. Sieht aus wie abgetrennte Gesichter. Von diesen Robotern, Androiden. Was auch immer sie sind, genau. Vielleicht wird das mal in einem Amnesist noch erklärt. In der Ecke noch was zu finden. Nein, ich denke mal, wir sollen da rein. Oh Mann, ich erschrecke da immer. Verdammt, Nillen. Wie eine Fliege unter Glas. Die Testergebnisse sind ermutigen, Professor. Hä? Schön Vorsicht. Die Diagnose ist korrekt. Korrekt. Die Testergebnisse sind... Nur ein Stich. Ein winziger Pieks. Der klingt aber auch nicht ganz normal. Die Diagnose ist korrekt. Korrekt! Ah, da ist wieder eine Tür zugegangen. Ich will nicht, dass die Türen hinter mir zugehen. Das macht mir ein gutes Gefühl. Nur ein Stich. Ein winziger Pieks. Wer bist du denn? Finden Sie Johnny Greenteeth? Im Geheimnis, im Geheimnis, im Geheimnis. Im Geheimnis. Okay. Das scheint wohl Johnny Greenteeth zu sein. Johnny? Johnny Greenteeth? Mhm. Mhm. Noch ein... Erzähl! W-w-w-wah? Doktor, ich bin verletzt, Doktor. Mein, mein... Mein, mein... Ich bin verletzt, Doktor. Der Herr, mein... Oh, die Bahn fährt los. Ja! Geh die Wagen entlang bis zur Kabine und finde die Notbremse. Okay. Gelangen Sie zur Kabine, Leute. Diese Quest machen wir aber dann erst am Anfang vom nächsten Part bei Remember Me. Ich finde, das ist super spannend und ich bin auch gespannt, wo uns die U-Bahn hinführen wird. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!